an öffner schönen guten bonjour gewünscht an dir kein spielchen wir machen weiter den heute das ist schon nicht drin und sie sagte muss ob normal und dinge gewonnen für das ist eine kunde mit mir und hinheuern ob er zieht und das ist dann fortsetzen blut einfach noch mal ja und dein top ja nicht ein pop vielen dank dass ihr wart okay Okay, und go. Und go. Ja komm, ich muss schnell die Pop. Gib Gas, up, up, up. Ehh, da. Ehh, duk, duk, duk. Ehh, komm. 15, 16, 17. Okay, 20 schonmal schon. Ehh, liebe, ähh. Ganz begrüßen Einsatz. Das Küssens. Ja. Okay, und da kommt man mal. Ach, hier haben wir. Ah, da können wir da unten. Häusern üblich. Ja, das ist nicht schlimm. Wir holen. Dort mal für uns zu fangen. Ehh. 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 Lass uns das so sehen und dann machen wir uns weiter. Wir machen es für Brüte, ich kann es für Brüte. Ich kann es für Brüte. Ich glaube, das ist hier eine Proste. Ich weiß nicht, wie ein krank Tier schwarzt. Ich habe keine Idee, was du meinst. Und dann holen wir Wasser natürlich. Zauber natürlich. Holen wir... Weidefischer. Und das ist nichts für mein Blut. Und dann haben wir noch ein paar Resistenzen drin. Das wird zum Beispiel Killed. Und Hützt. Mal die Resistenz. Und da fängt man deutlich zu sein. Okay, ich bin glücklich aufhängen. Ähm, da. Entwickeln. Dann holen wir Killed. Schwer entdecken und häufiger übertragen. Genau. Das ist die nächste. Und dafür brauchen wir da... Hm, noch zwei Stück. Das ist die Geramee. Dann darf ich mal ausziehen. Dringend. Hier wird ja... Es ist schwerer zu entdecken. Wenn häufig... Wird häufiger übertragen. Passt. Passt schon. Das geht ab. Okay. Warte, ihr seht das. Ich bin falsch. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Sachen heute alles zu wollen. Ähm... Baa 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 baa. Ähm... Wollen wir nicht, das hat man schon noch. Äh... Geht übertragen aus, gut und sich selber taueert. Ehm, mal ein Symptom beiklagen Ja. Einen Symptom noch beitragen. Ja, da die Tote fehlen wir. Und dann kann da eigentlich auch Go Go gehen. Ich hab ihn jetzt erst selber modifiziert oder selber ähm, ja wieso ich so ein, ermutiert. Was ist das? Ich muss noch ein Kind hier noch. Ich muss ihn jetzt entdecken. Gut, weil das... Gut, weil das richtig gut getrun. Boah, fuck. Also, dein Pop wurde in die Wehrhubung aufgenommen als wenig gefährlich. Ach, er hat nur so ein Fehler gewischt, dass mein Pop als wenig gefährlich angestuft wird. Ich kann natürlich auch ein wenig gefährlich mit Pop kann gehen. Ich muss noch mal da. Ahem, ich gucke mal, was ein Mortalitätsrad ist. Ich gucke mal, wie viele Deutsche haben. Ich gucke mal, wie viele Deutsche haben. Puh, erster Todesfall im Irak. Okay, ich muss vielleicht noch einen Fehler machen. Nein, es sind alle gut infiziert. Gut. Was gut tut. Okay, hallo. Machen wir mal, Resistenz. Ob... Nein. Ne. Na, lo-mull-resistenz. Gucken wir mal, lösen wir mal, ob Non-Seng. Und zwar, die Leute sind die Person auf dem Planeten. Genau, okay. Gut so. Das ist daiglich. Das ist daiglich. Absolut tipplich. Das ist daiglich. Und ganz schön. Das ist daiglich. Okay, ab. durften anspray atomexplosion in spain riesige atomexplosion hat die wolke freigesetzt die ursache ist unbekannt doch ausgangsort lässt effekte sabotage kranke ja ich muss mich doch so schlimm getrunken ok gucken wir mal kann man noch ein bisschen mit däglichkeit raubringen oh da ist besser ok so gut noch besser ah ok ok weil ich bin glost welt definitiv um an mal ich bin glost welt definitiv um ja weil das rüber ab hat alle bemühen den letzten mein papa das war mein papa und da gucken wir mal was hat man gebraucht und trotzdem noch über 5 natürlich hm ähm komm mal ein bisschen fix wie gesagt sind dort am ausgangspunkt erst nicht schlecht steilig gesucht müssen wir so ein bisschen zurückhallen ziehen aber das funktioniert und dann ja ja du hast gelöser los Bierzaufgäng Bierzaufgäng 1, 2, 1 und fertig Und dann Ich hoffe, wenn du dir gefallen dass mein Papi zu stehen und dann, oder dein Papi und dann sehen wir uns bei den nächsten KrM Tschüssikowsky und von mir ein wunderschönen Heaven's Day Tschüss! Tschüss!